Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 19. September. Heute haben wir dabei Amazon Paycode, Huawei Mate 30, Facebook Portal, Google Stadia und Google Assistant. Beginn tun wir mit Amazon. Die bringen jetzt ihren Dienst Paycode in die Vereinigten Staaten. Und Paycode gibt es schon länger in anderen Ländern, in 19, um genau zu sein, aber nicht in Europa und nicht in Amerika. Und was ist Paycode? Paycode ist die Möglichkeit, seine Amazon-Bestellung bar zu bezahlen. Und wie funktioniert das? Also zum Beispiel in Amerika. Das funktioniert mit dem Partner Western Union, denn Amazon hat herausgefunden, dass 80% der Amerikaner in einem 5-Meilen-Radius von einem Western Union leben. Und dementsprechend macht es Sinn, dann das Paket dorthin zu shippen und dann geht man dahin, bezahlt in Cash und nimmt es mit. Ja, interessante Kiste. Ich wusste nicht, dass Barbezahlen immer noch so ein Riesenmarkt ist, aber anscheinend ist es so, zumindest für Amazon. Nächstes Thema. Huawei. Die stellen ja heute in München die Mate 30 Geräte vor. Also das Mate 30, das Lite und das Pro. Und jetzt ist rausgesickert, dass die zwar vorgestellt werden in München, aber sie werden nicht in Mitteleuropa vertrieben. Ja, warum? Ja, das hängt damit zusammen, dass Huawei ja immer noch im Streit ist mit den Vereinigten Staaten und dementsprechend keine Google-Dienste mehr vorinstallieren darf. Und der Meinung ist, dass man so ein Flagship-Gerät für 800 Euro in Mitteleuropa nicht vertreiben kann, wenn dort nicht Google Maps und Co. drauf ist. Tja, wird auf jeden Fall spannend, ob das auch wirklich so ist. Wir wissen später mehr und logischerweise werden wir euch im Zweifelsfall auch morgen in der Daily mit der Information und einem Update dazu versorgen. Wo es auch Updates zu gab, das war bei Facebook und zwar zur Portal-Familie. Portal, das ist die Hardware-Lösung von Facebook, die in Konkurrenz mit den Echos und den Google-Geräten geht, wenn es so einer Art digitalen Assistenten geht, der alles mögliche informiert, anzeigt, mit dem man sprechen kann, ein paar Informationen abholt und auch Videotelefonien machen kann. Bisher gab es ein Gerät, das gab es auch nicht bei uns in Deutschland und mittlerweile gibt es jetzt drei. Das Hauptgerät, das Portal, wurde geupdatet. Dazu gesellt sich jetzt noch ein Mini-Modell, einfach eine kleinere Variante und so eine kleine Set-Top-Box, die man auf dem Fernseher stellen kann. Sieht aus wie ein bisschen wie so ein Xbox Kinect. Und ja, damit hat man eine kleine Produktfamilie, die, also das letzte heißt natürlich dann Portal TV, das habe ich gerade vergessen, die jetzt auch nach Europa kommt, aber nicht nach Deutschland. Denn die Portal-Geräte werden in Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien vertrieben. Wie es mit Deutschland aussieht, keiner weiß es. Ich bin gespannt, aber vielleicht sind wir auch der schwierigste Markt, weil wir ja eh schon so kritisch mit den ganzen Geräten umgehen. Andererseits kann ich mir das auch nicht vorstellen. Nächstes Thema, Google Stadia, die Spielekonsole von Google. Da gab es ja die Founder Edition, die ist mittlerweile auch schon komplett ausverkauft. Und jetzt gibt es ein Update. Anstelle der Founder Edition gibt es jetzt die Premier Edition, die praktisch den gleichen Umfang wie die Founder Edition enthält, nur es fehlt der Buddy Pass. Ansonsten könnt ihr wieder bestellen, wenn ihr eben verpasst habt, die Founder Edition zu bestellen. Zusätzlich hat Google jetzt auch einzelne Controller im Angebot. Die kosten 69 Euro. Und auch die kann man jetzt in verschiedenen Farben bestellen, in Clearly White, Just Black und in Wasabi. Und so kann man entsprechend auch die Konsole dann ein bisschen erweitern. Oder man kann sie auch mit einem Chromecast Ultra verbinden. Und letztes Thema für heute, bleiben wir direkt bei Google. Der Google Assistant bekommt eine neue Stimme, also eine zusätzliche Stimme. Das ist nichts Neues. Das gab es in den USA schon. Aber jetzt gibt es das auch in Deutschland und auch in ein paar anderen Sprachen. Niederländisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Norwegisch bietet nun auch die Möglichkeit, eine andere Stimme auszuwählen. Also, wenn ihr den Google Assistant einsetzt, könnt ihr ja mal gucken, ob euch die neue Stimme dann mehr zusagt wie die alte. Das war es dann auch schon für heute. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder mit einem Update auch zum Huawei Mate 30. Ansonsten bleibt positiv. Habt einen guten Donnerstag. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.